Hey meine lieben Schlafversuchenden und natürlich herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Sailor Dream ASMR und heute gibt es mal ein paar Palietten-Sounds für euch Palietten, Palietten, Palietten und ich würde sagen, ich beginne auch gleich mit dieser süßen Weihnachtsmütze. Ich weiß, es ist noch lange, lange hin bis Weihnachten beziehungsweise war es ja an sich gerade erst, aber ich finde die Mütze halt so toll und die Palietten machen auch so schöne Sachen mit da drauf. Ich habe diese Mütze auch ziemlich oft in den Weihnachtsvideos getragen, die ich letztes Jahr gemacht habe. Okay. Wie findet ihr denn Pallietten-Sound so? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ich wollte mir eigentlich auch mal so ein Pallietten-Kissen kaufen. Aber momentan hat Teddy ja zu und deswegen dauert das, glaube ich, noch ein bisschen. Oder ich muss bei Amazon mal schauen. Okay, dann machen wir mal mit dem nächsten weiter. Und zwar mit diesem niedlichen Hut. Den habe ich mir im Real gekauft für einen Euro. Eigentlich hat der immer 10 Euro gekostet, aber der war ganz stark reduziert. Und da sind halt auch ein paar Pallietten drauf. Und da sind wir auf. Das war's für heute. Diese Sounds von Mood finde ich eigentlich auch ganz schön, muss ich sagen. Und da leuchtet auch ein bisschen. Da sieht man's. Genau. Das war's für heute. Das ist teilweise echt schön, wenn man da so ein paar Vorgaben hat. Weil es fällt einem ja auch nicht immer was ein. Ich hätte auch richtig Bock drauf, mal so was in die Fantasy-Richtung zu machen. Das ist ein wower Ort. Okay. Dann machen wir mal mit dem nächsten weiter. Und zwar ist das dieses Notizbuch. Das fände ich auch total schön. Ich weiß gar nicht. Oh ja. Hier hatte ich die ganzen Fragen reingeschrieben vom letzten Q&A. Okay. Genau. Dann habt ihr quasi daraus vorgelesen. Und das hier in der Mitte soll übrigens eine Meerjungfrau darstellen. Hier sind die langen Haare, hier ist die Flosse und da sitzt es auf einem Stein. Und dann HAVE ich die Flosse vor eigentlichen Haare. So. 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 Ich habe das jetzt mit der Flosse. So. Also. So. 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 Ich hoffe folglich, dass euch diese Ballettensounds gefallen. Ich wollte es aber einfach mal ausprobieren, so ein Video zu machen. Ich weiß gar nicht, ob man hier was reinnimmt. Ich weiß gar nicht, ob man hier einschreiben kann, aber ich glaube nicht. Ich wollte gerade mal versuchen, ASMR da reinzubekommen, aber das funktioniert leider nicht. Ist zu klein. Euer Christian. Ich würde einfach nur ein Geist für den Glas und ein detention. Ich will einfach mal ausprobieren. Ich bin sehr gespannt. Okay, dann kommen wir mal zum letzten Trigger. Und da habe ich einmal diese Kosmetik-Tasche. Warte mal, da ist noch was drin. Ah, die Sailor Moon-Kenner unter euch wissen an sich, was das ist. Das ist von Shibyusa, dieser Schlüssel, womit sie durch die Zeit reisen kann. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Ja, was ich hier nicht alles drin habe. Ja, ich habe es hier. Ich habe es hier nicht alles drin. Ich habe es hier nicht alles drin. Und da ist es nicht alles drin. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.